Und ich sage das, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage das, Sie sind Fake News. 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, Tension. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Tension. Auch heute ist mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, euch von einem Fall zu erzählen, der, naja, weitaus weniger blumig erscheint, als meine gute Laune es vermuten lässt. Wir haben eine Vermisste, wir haben viele, viele Verdächtige und wir haben besorgte Familienmitglieder. Aber eins nach dem anderen. Bevor wir starten, ist es wie immer ratsam, eine gemütliche Grundposition einzunehmen, ein kühles Getränk bereitzustellen und den Sicherheitsgut festzuziehen, bevor wir auf unsere Reise nach Norfolk im US-Bundesstaat Virginia aufbrechen. In dem 240.000 Einwohner-Städtchen mit dem größten Marinesstützpunkt in den USA, nur um hier auch mal meinem Bildungsauftrag nachzugehen, treffen wir auf Angelica Marie Hetzel, genannt AJ. Es ist der 2. März 2015, an dem AJs Mutter Jennifer einen kleinen Notizzettel von AJ findet. Darauf geschrieben steht, grob übersetzt, Liebe Mama, ich muss mit ziemlich viel fertig werden bei allem, was gerade so vor sich geht. Eine Nachricht, die so überhaupt nicht zu der lebensfrohen 18-Jährigen passt. Die Nachricht klingt depressiv, wenn nicht sogar suizidal. Hat sich AJ mit den Zielen, die sie sich für ihre Studienzeit gesetzt hat, übernommen? Oder steckt etwas weitaus bedrohlicheres, dunkleres und abscheulicheres dahinter? AJ wurde im August 1996 geboren. Kurz nach ihrer Geburt zerbricht die Beziehung zwischen ihrer Mutter Jennifer und ihrem biologischen Vater, der von da an keine größere Rolle mehr am Leben von AJ spielt. Ab ihrem zweiten Lebensjahr wird der neue Mann ihrer Mutter namens sechs ihrer Vater Figur, mit dem Jennifer zwei weitere Töchter bekommt. Zu dem Zeitpunkt heißt AJ noch Angelica Marie Hofer, bevor auch die Ehe zwischen Jennifer und Sex erbricht und sie ein wenig später dann mit ihrem dritten Mann zusammenkommt. Wesley Hetzel, dessen Nachnamen AJ annimmt, nachdem Wesley sie ganz offiziell im Jahr 2012 adoptiert hat. Mit 17 geht die sportbegeisterte AJ dann auf das Longwood College, für das sie sogar ein Stipendium erhalten hat, und tritt der Softball- sowie Feldhockey-Mannschaft bei. Durch ihre Affinität für die unterschiedlichsten Sportarten hat sie eher männliche Freundschaften, weil sie mit denen einfach mehr Interessen teilt, laut ihrer eigenen Aussage. Alkohol oder gar Drogen waren bei ihr nie ein Thema, schon allein um ihre sportlichen Leistungen nicht zu gefährden. Eine Musterschülerin sozusagen, die mit ihrer extrovertierten und offenherzigen Art eine Bereicherung für einfach jeden in ihrem Umfeld darstellt. So die Aussage von AJs Freunden über sie. Nach intensiven Monaten des Lernen und Trainierens freut sich AJ die Frühjahrsferien ihres zweiten Semesters zu Hause bei ihrer Familie verbringen zu können. Sie kommt am Freitag, den 27. Februar 2015 zu Hause an, verbringt ein harmonisches Wochenende mit ihren Schwestern und ihren Freunden, bevor sich AJs Mutter Jennifer am Montagmorgen von ihrer Tochter verabschiedet. Nichts ahnt, dass es ein Abschied für immer sein wird. Jennifer bringt um 7 Uhr morgens AJs Geschwister zur Schule, bevor sie selbst dann weiter zur Arbeit fährt. Als sie am Abend wieder zurück nach Hause kommt, fehlt von AJ jede Spur. Auch ihre Geschwister haben bei ihrer Heimkehr am Nachmittag nur noch AJs Pop Boné vorgefunden, sowie die Hälfte von AJs Wäsche, die sie kurz zuvor noch zusammengelegt haben muss. Nur noch die dröhnende Musik aus den Boxen bricht die Stille im Haus, die umso mehr für ein übereiltes Verschwinden von AJ spricht. Der einzige der AJ in der Zwischenzeit noch gesehen hat, ist AJs Adoptivvater Wesley, der sich laut seiner eigenen Aussage mit AJ am Nachmittag an einer Tankstelle in der Gegend getroffen hat. Wesley sagt, AJ habe ihn darum gebeten, sich dort mit ihm zu treffen, weil sie dringend noch 200 Dollar benötigt. Die beiden haben dann noch eine knappe halbe Stunde miteinander geredet, allerdings hat sie ihm nicht gesagt, wofür sie das Geld benötigt. Wesley hat AJ auch noch mehrere Nachrichten geschrieben, um irgendwie rauszufinden, was los ist. AJ hat ihm zwar geantwortet, jedoch nur, dass sie Zeit für sich braucht, wo sie ist und was genau los ist, wollte sie ihm aber nicht mitteilen. Als AJ dann am nächsten Tag noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt ist und sie auch auf keine Nachrichten mehr reagiert, erkundigen sich Wesley und Jennifer bei ihren Freunden, ob sich AJ bei ihnen gemeldet hat. Doch einfach niemand hat irgendwie was von AJ gehört, genauso wie sich niemand vorstellen kann, dass AJ von jetzt auf gleich einfach so verschwindet. Wesley beschließt, dass es an der Zeit ist, die Polizei zu verständigen und AJ als vermisst zu melden. Die Ermittler wollen von AJs Eltern wissen, ob sie in der letzten Zeit mit besonders viel Stress und Druck umgehen musste oder sie sonst irgendeinen Grund nennen können, weshalb AJ von zu Hause weggelaufen sein könnte. Und in der Tat gab es gleich mehrere einschneidende Erlebnisse in ihrem doch noch so jungen Leben. Zum einen hat sich AJ erst kürzlich von ihrem Freund Josh Kempe getrennt, was sie doch ziemlich zu schaffen machte. Zudem war auch ihr Studium um einiges anspruchsvoller, als sie es zuvor angenommen hat. Und zu allem Überfluss haben sich auch ihre Eltern räumlich getrennt, weshalb Wesley zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einem Hotel untergekommen ist. Es ist also nicht mal an den Haaren herbeigezogen zu glauben, sie bräuchte einfach mal ein paar Tage für sich, um auf andere Gedanken zu kommen. Was wiederum so überhaupt nicht passt, ist die Notiz, die sie hinterlassen hat. Auch wenn es nach ihrer Handschrift aussieht, hat sie solch eine Notiz in dieser Art noch nie hinterlassen und auch die Nachrichten, die sie ihren Eltern geschrieben hat, passen so überhaupt nicht zu AJs frühere Nachrichtenstil. Letzteres fällt vor allem den Ermittlern auf, die AJs verschwinden, durchaus ernst nehmen. Doch wenn sie nur nicht freiwillig verschwunden ist, wer könnte sonst für ihr Verschwinden verantwortlich sein? Genau das ist die Frage, die die Ermittler am meisten beschäftigt und ganz oben auf ihrer Verdächtigenliste, wie könnte es auch anders sein, steht AJs Exfreund Josh Kempe. Seine Reaktionen während der Befragung machen ihn auch durchaus verdächtig, denn er scheint kein großes Interesse an der Aufklärung von AJs verschwinden zu haben und zeigt sich ziemlich unterkühlt. Zu seinem großen Glück hat er ein Alibi für den besagten Tag und wird als Verdächtiger vorerst zurückgestellt, wie die Ermittlers ausdrücken. Dann drei Tage nach AJs verschwinden läuft ein junger Mann namens Corey French von der Arbeit nach Hause. Ein Stück Plastik erregt seine Aufmerksamkeit, das vor ihm auf dem Boden liegt. Es ist ein Teil einer Kreditkarte, auf der deutlich die Inhaberin der Karte zu lesen ist. Angelica Hetzel. Corey French meldet seinen Fund der Polizei, die im näheren Umkreis auch noch weitere Teile der Kreditkarte sicherstellen kann. Den Ermittlern kommt es irgendwie seltsam vor, dass ausgerechnet Corey French die Karte ganz beiläufig auf dem Weg nach Hause findet. Corey French, der AJ kannte und sie auf der Junior High School auch kurz gedatet hat. Auch er wird nun vorgeladen und zu AJs verschwinden befragt. Corey sagt, dass er und AJ gute Freunde sind und sich während ihrer Ferien daheim auch zu einem Treffen verabreden wollten. Gesehen habe er AJ seit Monaten nicht, so Corey. Auch er hat ein Alibi für den Tag ihres Verschwindens und so lassen ihn die Ermittler wieder gehen. Vielleicht gibt es ja wirklich sowas wie Zufälle. Doch es gibt mindestens einen, der an sowas wie Zufälle nicht glaubt. Und das ist AJs Adoptivvater Wesley. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass Corey für AJs Verschwinden verantwortlich ist. Laut Wesleys Aussage habe Corey seiner Tochter immer wieder belästigt. Corey sei einfach nie damit klargekommen, dass AJ ihn zurückgewiesen hat. Bereits am darauffolgenden Tag meldet sich Andre Barr, ein weiterer Freund von AJ bei den Ermittlern, der behauptet, die Jacke von AJ gefunden zu haben. Die Jacke, in der Wesley seine Tochter zuletzt gesehen hat. Auf der nicht nur der Name ihrer Uni, sondern auch der von AJ selbst drauf steht. Und nun ratet doch mal, wo er die Jacke gefunden hat. Im Haus von Corey French. Andre war zu Besuch bei Corey zu Hause und hat die Jacke dort entdeckt. Anstatt Corey direkt darauf anzusprechen, hat er lieber erstmal geschwiegen und dann direkt die Ermittler kontaktiert. Das Haus von Corey wird sofort auf den Kopf gestellt. Die Jacke finden sie ganz genau da, wo Andreas ihn beschrieben hat. Doch die Hoffnung darüber hinaus, weitere Spuren oder gar AJ selbst zu finden, geht in Luft auf. Sie finden nur die Jacke, die ihn als Verdacht aber schon mehr als ausreicht. Corey wird ein weiteres Mal befragt, jetzt aber nicht mehr als Zeuge, sondern ganz klar als Verdächtiger. Aus dem klischeehaften Good Cop wird jetzt schnell der Bad Cop, der Corey ganz direkt konfrontiert und sagt, wir wissen, dass du etwas mit AJs Verschwinden zu tun hast. Corey weist die Behauptung vehement zurück und kann gar nicht fassen, was die Ermittler ihm als nächstes als angebliches Beweisstück zeigen. AJs Jacke Corey behauptet, die Jacke noch nie zuvor gesehen zu haben und kann selbst nicht erklären, wie die in sein Haus gelangt ist. Und auch wenn es wirklich mehr als nur verdächtig erscheint, dass Corey sowohl die Kreditkarte gefunden hat und nun bei ihm auch noch die Jacke gefunden wurde, so müssen sie ihn trotzdem ein weiteres Mal gehen lassen, da sie sonst nichts gegen ihn in der Hand haben, was ihn irgendwie belasten würde. Wer davon ganz und gar nicht angetan ist, könnt ihr euch sicherlich denken. Wesley. Er kann einfach nicht verstehen, wie die Ermittler so blind sein können und nichts weiter unternehmen. Er ist mit solch einer Wut geladen, dass er immer wieder vor Cowys Haus steht und ihm mittels mehrfachen Hupen zu verstehen gibt, dass er rauskommen soll. Er hat sogar Pizza zu seinem Haus bestellt und bevor der Fahrer die Pizza ausgeliefert hat, »Ich weiß, was du getan hast« auf den Deckel geschrieben. Mit jedem weiteren Tag, der vergeht, wächst auch die landesweite Aufmerksamkeit in dem Fall. Die Familie von AJ lässt einfach nichts unversucht, ihr Verschwinden noch bekannter zu machen. Sie geben Interviews, erstellen Flyer und organisieren selbstständig große Suchaktionen. Wesley wird auch noch immer nicht müde, einfach jedem von seinem Verdacht zu erzählen. Viele können seinen Schmerz auch nachempfinden, während andere sagen, dass er mit den Aktionen gegen Cowey zu weit geht. Auf jeden Fall wächst die Frustration von Jennifer und Wesley. Sie sind der Meinung, dass die Ermittler AJs Verschwinden nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken. Die wiederum versuchen sich von ihren Ermittlungen nicht ablenken zu lassen, was durch den steigenden Druck aus der Öffentlichkeit alles andere als leicht fällt. Sie wenden sich nun erstmal einer weiteren Person auf ihrer Verdächtigenliste zu. AJs ersten Stiefvater, Zack. Die Scheidung soll wohl ziemlich hässlich abgelaufen sein. Zack hat nach der Scheidung einen Sorgerechtsstreit vor Gericht verloren und fühlte sich von seiner Familie ausgeschlossen. Vor allem aber, dass AJ von Wesley adoptiert wurde, hat ihn zutiefst verletzt. Als AJ gerade 8 Jahre alt war, hat er alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, sie selbst zu adoptieren, was dann aber die Trennung kurze Zeit später vereitete. Für ihn hat es einfach nie einen Unterschied gemacht, ob AJ nun seine leibliche Tochter ist oder nicht. Er hat sie genauso geliebt wie seine zwei anderen Töchter. Genau das hat er auch den Ermittlern gesagt und kann außerdem ein solides Alibi vorweisen. Den nächsten Hinweis liefert dann ausgerechnet mal wieder Wesley, der den Ermittlern aufs Neue ihre eigene Unfähigkeit vor Augen führen möchte. Wesley und ein Freund von AJ haben wohl einen Tipp erhalten, durch den sie ein paar Kleidungsstücke von AJ gefunden haben. Und schon wieder müssen sich die Ermittler fragen, wie groß manch ein Zufall wohl sein kann. Denn der besagte Freund hat nicht nur die Kleidungsstücke gefunden, sondern zuvor auch AJs Jacke. André Barr. Auch er hat sich damit auf der verdächtigen Liste ein ganzes Stück weiter nach oben katapultiert. André wird erneut vorgeladen und wie zuvor schon Cory vom Bad Cop in die Mangel genommen. Auf die Frage, wie es dann sein kann, dass von den drei großen Fundstücken nun ausgerechnet zwei auf sein Konto gehen, knickt er ein und gibt zu Protokoll, dass sich der Fund der Jacke doch etwas anders abgespielt hat. Er wusste nämlich ganz genau, dass er die Jacke in Coeys Haus finden wird. Und das ausgerechnet von Wesley. Wesley war sich wohl so sicher, dass Coey was mit AJs verschwinden zu tun hat, dass er in Coeys Haus eingebrochen ist, um nach AJ oder irgendwelchen Beweisen zu suchen. Dort hat Wesley dann wohl die Jacke gefunden. Nun konnte er nicht einfach so zugeben, in Coeys Haus eingebrochen zu sein, weshalb er André gebeten hat, Coey zu besuchen und dann den Fund der Jacke zu melden. André, dem das total plausibel und eindeutig erschien, was Wesley erzählt hat und der die Jacke dort ja auch tatsächlich gefunden hat, dachte sich nichts weiter dabei und gab nach dem Besuch den Ermittlern Bescheid. Wesley, der von Anfang an so übelst, überdermaßen involviert und engagiert bei den Ermittlungen dabei war. Wesley, der immer wieder neue mysteriöse Tipps gegeben hat und zugleich das Vorgehen der Ermittler immer wieder auf Schärfste kritisiert hat, ist also in Coeys Haus eingebrochen. Das passt auch irgendwie zu Wesleys kriminellen Vergangenheit, denn es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass er irgendwo eingebrochen ist. Auch ein Banküberfall ging schon auf sein Konto und da Jennifer wollte, dass Wesley aussieht, kam auch nicht einfach so. Wesley hatte in den Wochen zuvor immer wieder harte Drogen konsumiert, was Jennifer nicht länger hinnehmen konnte. Nach Wochen der Befragung in AJs engsten Umkreis ist es nun Wesley, der auf der Verdächtigen Liste den ersten Platz eingenommen hat. Zwar haben sie zu dem Zeitpunkt noch nichts gegen ihn in der Hand, was ihn irgendwie in Verbindung mit AJs verschwinden bringt, aber zumindest für den Einbruch in Coeys Haus können sie ihn verhaften. Während Wesleys Inhaftierung nun landesweit zu Top-Story wird, werfen die Ermittler einen genaueren Blick auf seine bisherigen Aussagen. Was Wesley bei seinen anfänglichen Aussagen wohl noch nicht wusste, ist, dass die von ihm angegebene Tankstelle, bei der er sich ja angeblich mit AJ getroffen hat, über gleich mehrere Überwachungskameras verfügt. Die Ermittler checken das Videomaterial und können weder in den Stunden vor, noch nach der Zeit, die Wesley angegeben hat, AJ oder Wesley auf den Aufnahmen entdecken. Sie stellen auch sein Hotelzimmer auf den Kopf und finden in der Klimaanlage versteckt Munition, die Wesley absolut nicht besitzen darf. Als nächstes nehmen sie dann Wesleys Arbeitstransporter unter die Lupe und entdecken ein externes Navigationsgerät. Eben jenes Navigationsgerät liefert detailgetreu Wesleys Touren, die er am Tag von AJs verschwinden, so wie er an den darauffolgenden Tagen gefahren ist. Das meiste davon scheint plausibel, aber eben nicht alles. Am 9. April 2015 fahren die Ermittler zu dem Ort, den auch Wesley am Tag von AJs verschwinden angesteuert hat. Ein Ort weit außerhalb von Norfolk, etwas mehr als eine Autostunde entfernt, in einer verlassenen Gegend. Mit einem einsam verlassenen Haus, das wir die Ermittler im Nachhinein sagen, schon auf den ersten Blick einen gruseligen Eindruck gemacht hat. Sie durchsuchen das Grundstück, bis ein schmaler Wassergraben die Aufmerksamkeit von einem der Ermittler erregt. Über eine Stelle des Grabens wurde eine Holzplatte gelegt, offensichtlich zum Überqueren des Grabens. Doch ein kurzer Blick darunter reicht aus, um die wahre Funktion der Holzplatte offen zu legen. Darunter verborgen liegt der Leichnam von Angelica Hetzel. Ein grausamer Anblick, der aber nur ansatzweise widerspiegeln kann, was AJ in den Stunden vor ihrem Tod durchgemacht haben muss. Während Wesley ohnehin schon aufgrund des Einbruchs sowie mittlerweile auch dem illegalen Besitz der Munition im Gefängnis sitzt, wird landesweit von dem grausamen Ende der Suche berichtet. Die Ermittler machen sich unterdessen daran, den Tatergang zu rekonstruieren. Die Autopsie von AJs Leiche zeigt, dass nicht die zahlreichen Verletzungen in ihrem Gesicht zu ihrem Tod geführt haben, sondern eine Überdosis Heroin. Heroin, das auch im Hotelzimmer von Wesley gefunden wurde. Ob er sie auch sexuell missbraucht hat, kann nicht mehr zweifelsohne nachgewiesen werden, allerdings spricht die Tatsache, dass man AJ mit heruntergelassener Hose gefunden hat, deutlich dafür. Zum eigentlichen Tag von AJs verschwinden, lässt sich folgendes sagen. Eine Überwachungskamera eines Supermarkts hat aufgezeichnet, wie der Arbeitstransporter von Wesley in die Richtung von AJs Haus fährt, wohl wissend, dass er an dem Tag allein zu Hause sein wird. Wahrscheinlich auf Drogen und mit sehr viel Wut im Bauch, hat Wesley geschworen, sich nicht einfach von der Familie verstoßen zu lassen. Er ist dann wohl in das Haus rein, in dem AJ gerade ihre Wäsche gemacht und nebenher Musik gehört hat. Wesley hat AJ dann gezwungen, die Notiz zu schreiben und sie dann entführt. Um 13.27 Uhr filmt die Bewachungskamera desselben Supermarkts, wie der Transporter in die entgegengesetzte Richtung fährt. Die Ermittler können sogar Wesleys Deal ausfindig machen, der gesteht, Wesley am Tag nach AJs Verschwinden Heroin verkauft zu haben. Wesley hat AJ wahrscheinlich in dem Haus für einen Tag gefangen gehalten und ihr dann am nächsten Tag die Überdosis Heroin gegeben, in dem Wissen, dass sie die Menge nicht überleben wird. Anschließend hat er sie in dem Graben versteckt, ist zurück nach Hause gefahren und hat den besorgten Vater gemimt, der einfach nichts unversucht lässt, seine Tochter zu finden. In Wirklichkeit hat er dann selbst die Spuren mit der Jacke sowie mit der Kreditkarte gelegt, die Corey French als mutmaßlichen Täter belasten sollten. Er hat sowohl Corey, so wie auch Andre für seine perfiden Zwecke benutzt, um sein abgrundtief widerwärtiges, im höchsten Maße verabscheuungswürdiges Verbrechen zu vertuschen. Doch Wesley bestreitet tatsächlich bis heute, wieder und wieder irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. All die Beweise, die man gegen ihn gefunden hat, sind seiner Ansicht nach nichts weiter als Also übersetzt, Zufälle. Seine Anwälte behaupten, dass AJ unter Depressionen litt und deswegen den Drogen zum Opfer gefallen ist. Eine Verteidigung, die mich persönlich wirklich wütend macht, bedenkt man, dass man anhand einer Haarprobe von AJ nachweisen konnte, dass sie in den Monaten zuvor nichts mit Drogen am Hut hatte. Des Weiteren führen die Anwälte an, dass man nicht beweisen kann, wie genau die Entführung abgelaufen ist und auch nicht, wie Wesley sie getötet haben soll. Knapp 6 Jahre später, im Januar diesen Jahres, also 2022, beginnt dann endlich die Mordverhandlung gegen Wesley Hetzel. Fast 3 Wochen lang hört sich die Jury das für und wieder an und kommt danach nur 40 Minuten Beratungszeit zu einem einstimmigen Urteil. Wesley Hetzel schuldig an dem Mord seiner 18-jährigen Adoptivtochter AJ. Er wird zur lebenslangen Haft verurteilt und wenn's nach mir ginge, sollte man den Schlüssel zu seiner Gefängniszelle irgendwo ganz weit weg ins offene Meer schmeißen. Ich hab euch hier ja schon von einigen Mordfällen erzählt, aber in dem Ranking der aus meiner Sicht abscheulichsten Taten steht diese hier doch ziemlich weit oben. AJ hat freiwillig der Adoption zugestimmt, weil sie Wesley als ihren Vater akzeptiert hat. Weil sie ihm vertraut hat. Weil sie dachte, er wäre der Mann, der sie eines Tages zum Altar führen wird und womöglich später mal der Großvater, zu dem ihre eigenen Kinder aufschauen werden. Mit einer einzigen Entscheidung, einem einzigen, hat er diese Zukunft zunichte gemacht und das Leben seiner Tochter beendet. Es gibt glaube ich niemanden in den bisherigen Fällen, für den ich solch eine Verachtung empfinde. Obwohl. Doch. Eine Person gibt es da schon. Hallo, hier ist ein Amtel-Operator, kenne ich aus dem Alvin S. Glenn Detention Center, mit einem pre-paceden Telefon von Alex Murdoch. 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 Doch bevor wir in diesem Fall das grande Finale einleiten, brauche ich noch ein wenig Zeit und außerdem sind da auch noch so ein paar Urteile ausstehend und darüber hinaus muss ich 600 Seiten an Recherche irgendwie in diesem dritten Teil verarbeiten. Bis es soweit ist, schaut beziehungsweise hört euch am besten nochmal die bisherigen Murdoch-Teile an, um die ganzen Zusammenhänge besser greifen zu können. Und falls ihr euch sagt, typisch diese Männer, die solche niederträchtigen Taten ausüben, dann hört euch am besten die Folge über Pam Hup an, falls ihr die noch nicht kennt. So, und das war's von mir für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo mit Glöckchen wäre natürlich auch ganz schön. Lasst gerne einen Kommentar auf YouTube da mit eurer Meinung zum Fall und ganz nebenbei kurbelt ihr damit auch den YouTube-Algorithmus an, wodurch mehr Zuschauern die Videos vorgeschlagen werden. Falls ihr über Spotify, Apple Podcasts oder Podimo zuhört, würdet ihr mir mit einer Bewertung sowie dem Klick auf das Abo-Symbol einen großen, großen Gefallen tun. Alle Bilder zum Fall findet ihr wie immer auf Instagram unter truetension.podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf, vermeidet den Umgang mit Mördern und bis dann.